Wird die Stasi-Akte von Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, nun veröffentlicht oder nicht? Ein Gericht hat sich nun mit dieser Frage zu befassen. Die Stasi-Akte von Angela Merkel im Visier eines Prozesses. Wir kennen sie alle, die Geschichte über I.M. Erika. Doch was hat das am Ende mit dem Wohl des Bundes zu tun und mit der wiederholten Berliner Abgeordnetenhauswahl? Das und noch viel mehr heute in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Angela Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Nach ihrem Rückzug ist es ziemlich still um sie geworden. Und das, obwohl sie jetzt im Herbst ihre Memoiren veröffentlichen wird, ihre Biografie. Doch es könnte sein, dass sie nun vorher in das Licht der Öffentlichkeit rückt. Es gibt nämlich jetzt hier jemanden, der sie vor Gericht ziehen möchte. Der Chef der GG-Gewerkschaft, das steht für Good Governance, Marcel Lutte, ist mal wieder vor Gericht gezogen. Er will erreichen, dass die Stasi-Unterlagen von Angela Merkel freigegeben werden. Das Interview mit Marcel Lutte habe ich gefunden auf nordkorea.de. Den Link findest du unter diesem Video. Und lass mal ein Abo da. Und ich bin jetzt auch bei Telegram zu deiner Information. Den Link findest du ebenfalls unter diesem Video. Wir kommen zurück zu I.M. Erika. Das Gerücht hält sich schon ziemlich lange, dass Angela Merkel inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit in der DDR gewesen sein soll. Im Internet finden sich allerlei Belege für diese Behauptung. Doch wenn man genauer recherchiert, stellt sich das meiste als unwahr heraus und gewisse Dinge als bösartige Fälschung. Jetzt gibt es ihn hier, Historiker Hubertus Knabe. Was macht er so beruflich? Er widmet sich in seinen Veröffentlichungen dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR, der Westarbeit der SED, der Oppositionsbewegung im Ostblock, sowie der ostdeutschen Nachkriegsgeschichte, sowie der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ein Fachmann, ein Experte, ein Profi, wie man so schön sagt. Und er sagt hier, Zitat, Damit hat der Historiker völlig recht. Wenn es I.M. Erika so gegeben hat, wie wir uns das vorstellen, müssten wir davon schon Kenntnis haben. Allerdings ist I.M. Erika, wie wir ja nun gerade erfahren haben, ein Hirngespinst, ein Hokus-Pokus. Allerdings heißt das hier nicht, dass es nicht einfach eine I.M. Anna war oder eine I.M. Sarah. Also vielleicht haben wir einfach nur den falschen Namen dieser inoffiziellen Mitarbeiterin und finden deswegen in den ganzen Akten nichts. Denn die Stasi-Unterlagenbehörde, die sagt selbst, es gibt eine Stasi-Akte von Frau Merkel und wir geben sie nicht heraus. Es ist nämlich keine Täterakte, sondern nach Auskunft der Behörde gibt es kein Anrecht auf Veröffentlichung dieser Akten, wenn es keine Täterakten sind. Also müsste Frau Merkel zustimmen. Und was hat Angela Merkel getan? Sie hat eben nicht zugestimmt. Ergo, die Akte bleibt unter Verschluss. Und dagegen klagt Marcel Lutte. Er sagt hier, Zitat, Und das ist bei Frau Merkel meiner Ansicht nach ganz klar der Fall, sagt hier Marcel Lutte. Er kann das sogar weiter detailliert erläutern. Er hat nämlich Schriftverkehr mit der Stasi-Unterlagenbehörde und er weist ja auf folgenden Punkt hin. Durch die Funktion von Frau Merkel als Sekretärin für Agitation und Propaganda in der FDJ-Leitung am DDR-Zentralinstitut für Physikalische Chemie ist Frau Merkel im Zeitraum der Ausübung dieser Funktion zugleich als Inhaber politischer Funktionen und Amtsträger zu betrachten. Da hat er meine volle Zustimmung. Bei diesem Punkt kann man nicht widersprechen. Für den Hintergrund jetzt nochmal. Im Herbst 89 hat sich Angela Merkel der neu gegründeten DDR-Oppositionspartei Demokratischer Aufbruch DA angeschlossen und sie hat für den damaligen Parteivorsitzenden Wolfgang Schnur gearbeitet, der sich kurz darauf als IM herausgestellt hat, also als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi in der DDR-Oppositionspartei. Im Januar 1990, also wenige Monate nachdem sie angefangen hat, für Herrn Schnur hier tätig zu werden, wurde sie Pressesprecherin der DA des demokratischen Aufbruchs. Sie hatte eine zentrale Rolle für den Wahlsieg der CDU bei den Volkskammerwahlen Mitte 1990 und für die danach folgende Wiedervereinigung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass es hier vielleicht um mehr gegangen ist. Die zuständigen Behörden haben allerdings eine andere Argumentationskette. Sie folgen hier nicht der Linie von Marcel Lutte. So ist er in Berlin vor das Verwaltungsgericht gezogen und wollte diese Unterlagen freiklagen. Hier gibt es nun schon das erste Problem. Und zwar wurde der Zugang nicht nur Marcel Lutte verweigert, sondern auch dem zuständigen Richter am Berliner Verwaltungsgericht wird die Akte vorenthalten. Denn das Bundesarchiv jetzt Zitat sagt, das Bekanntwerden des Inhalts der Urkunden der Akten der elektronischen Dokumente oder der Auskünfte könnten dem Wohl des Bundes Nachteile bereiten. Nochmal, Marcel Lutte wollte in Berlin die Akten vor dem Verwaltungsgericht Berlin freiklagen. Der zuständige Richter, der diese Klage zu entscheiden hat, hat selbst die Akten verwehrt bekommen von dem Unterlagenarchiv. Und man verweist hier darauf, dass das Bundespressearchiv und die Stasi-Unterlagenbehörde der Auffassung sind, Und es könnte das Bekanntwerden des Inhalts der Urkunden, der Akten, der elektronischen Dokumente oder der Auskünfte dem Wohl des Bundes Nachteile bereiten. Und da ganz klares Nein. Es kann hier nicht dem Staat Nachteile bereiten, sondern wohl eher einzelnen Politikern und ihren Beamten. Denn wer nichts zu verbergen hat, vor allem anstelle des Staates nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts für sein Wohl zu befürchten. Auch nicht, wenn er eine Vergangenheit in der DDR gehabt hat. Das ist wirklich spannend. Das ist ein einmaliger Vorgang, dass hier dem Richter diese Unterlagen verwehrt wurden. So kann er nicht über den Inhalt der Klage entscheiden. Es geht jetzt allerdings noch weiter. Marcel Lutte sagt hier nochmal, Zitat, Oh ja, da muss ich ihm voll zustimmen. Man verweigert dem Berliner Richter den Zugang zur Akte, verweist auf das Wohl des Bundes, obwohl es sich hier um eine Bundeskanzlerin AD handelt, also außer Dienst. Selbst wenn es jetzt bekannt würde, sagen sie, wäre das Wohl der Bundesrepublik in Gefahr. Das heißt am Ende, es ist auf jeden Fall mehr wie nur ein DIN A4-Blatt, auf dem steht, wo sie wohnt, wo sie arbeitet. Es ist offensichtlich, wie er sagt, dass es hier etwas zu erforschen gibt. Dem Berliner Richter wird der Zugang zur Akte verwehrt. Man setzt es dann direkt beim Bundesverwaltungsgericht an, statt beim Oberverwaltungsgericht. Und Herr Lutte hat hier ganz klar Recht, es muss hier einen Bezug zu nachrichtendienstlicher Tätigkeit geben im In- oder im Ausland. Und das lässt Raum für Spekulation. Herr Lutte stellt auch nochmal klar, es geht ihm um keine Hexenjagd gegenüber Frau Merkel. Allerdings ist dieses Gerücht so hartnäckig und so weit verbreitet, dass die 80 Millionen Bundesbürger in diesem Land ein Recht darauf haben, zu erfahren, was die Vergangenheit von Angela Merkel bei der Stasi in der DDR gewesen ist. Da hat er auch meine vollste Zustimmung. Und das Interessante ist jetzt, wer ist eigentlich Marcel Lutte? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Es ist derjenige Politiker, der in Berlin dafür besorgt hat, alle 40.000 Seiten der Wahlprotokolle für die Abgeordnetenhauswahl herauszuklagen. Aufgrund seiner Klage ist dann eine Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses angesetzt worden, weil herausgekommen ist, dass es nicht nur Aktionismus war von ihm, sondern er hat den Braten gerochen und er hat es gefunden. Er sagte selbst hier, Zitat, es war eben kein Aktionismus, denn die Wahl musste aufgrund der durch meine Klage freigegebenen Unterlagen schließlich wiederholt werden und das Land Berlin bekam eine neue Regierung. Da hat er vollkommen recht. Und deswegen ist es so spannend, wie es hier weitergeht mit den Stasi-Unterlagen von Frau Merkel. Er erhofft sich erst einmal Zugang dazu, denn erst, wenn man Zugang hat, kann man die Akten bewerten und dann kann man sich ein Bild davon verschaffen, wie die Lage ist. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Glaubst du, man wird die Stasi-Unterlagen von Frau Merkel freigeben? Ich glaube, vorher friert die Hölle zu und Olaf Scholz wird nochmal Bundeskanzler in diesem Land. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieser Klage hier stattgeben. Allerdings wäre es wirklich hochspannend zu erfahren, was da drin steht, denn ihre Amtszeit ist vorüber. Die Spekulation, sie könnten jetzt ein Ende nehmen, indem sie reinen Tisch macht, aber sie ist selbst gegen eine Veröffentlichung und sie wird sicher den Inhalt dieser Akte kennen. Viel interessanter ist doch, dass man die Akte, obwohl sie 16 Jahre Kanzlerin war, anscheinend nicht geschreddert hat, nicht vernichtet hat. Sie ist wohl erhalten für uns, für die Nachwelt und irgendwann kommt sie raus. Ihr Diensthandy ist ja leider gelöscht worden, das gibt es nicht mehr. Aber die Stasi-Unterlagen in diesem bürokratischen Land werden jedes Stück Papier aufgehoben bis zum Ultimo. Ich finde das irgendwie ulkig, dass Frau Merkel jetzt ihre Vergangenheit wieder einholt. Man sieht sich immer zweimal im Leben sozusagen. Schreib mir deine Meinung mal unter dieses Video. Wenn du mehr von dem Content willst, dann lass ein Abo da. Schau auch mal auf Telegram vorbei. Manchmal gibt es zensierte Szenen hier auf YouTube, die kriegst du dann unzensiert in Telegram von mir. Damit sage ich Tschau, bis bald.